Guten Abend miteinander. Aus dem grossen Frischproduktenangebot von Coop, möchte ich euch die Firsich vorstellen. Die beliebte Frucht, die wie viele andere in China haben, ist heute in allen Ländern rund um das Mittelmeer zu Hause. Dank dem Fachwissen und den grossen Anstrengungen der Züchter entstehen fast jedes Jahr noch schönere und noch bessere gelbfleischige Sorten. Aus der Emilia-Romagna, mit bekannten Orten wie Modena, Cesena, Imola, kommen die Firsich, die ihr zu nächstes Wochenende bei Coop für nur 1.40 Fr. das Kilo bekommen. Diese besonders aromatischen Früchte eignen sich nicht nur zum Sohn zu essen, sondern zum Beispiel auch halbiert, geschält, merengiert, also mit geschlagenem Eiweiss und Zucker vermischt, für im Ofen zu überbachen. Profitieren also morgen, übermorgen und am Samstag von diesem günstigen Firsichangebot. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Kressi-Kräuterweinessig und Ali-Bikanta-Essig 40 Franken günstiger. Goldstar Rahmglasse Block, Schwarzwälder, 400 Gramm, statt 3 Franken nur 2,40. Ein Liter Pepsi-Cola statt 1,10 nur 85 Franken und Tarasana 12 Flaschen statt 13,20 nur 10,20. Hier noch ein Preisabschlag. 100 Gramm Goldstar Revetten kostet nur noch 3,40. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!